Ich möchte euch allen Beteiligten von der Organisation hier bedanken, weil unser Kapitän da ein bisschen Angst gehabt hat zu reden. Ja, der muss erst noch ein bisschen trinken, bevor wir hier reden. Deswegen muss ich das jetzt übernehmen. Wir wollen uns für unsere drei Trainern recht herzlich bedanken, die das... ...die das sowas von Haber übernommen haben, dass sie die geilsten Trainer, die ich überhaupt je hatte. Dann wollen wir uns noch bei Herrn Pfandrecht bedanken. Ich weiß gar nicht, wo er kann ich. Ja, hier, genau. Der Auge jedes Mal super zur Unterstützung dabei war. Und ich weiß nicht, ich fand das Turnier sowas von affengeil. Ich habe noch nie so ein geiles Turnier gespielt. Wir haben einige Kollegen dabei, wo die privaten Spiele vom Verein aus abgesagt haben. Und es war einfach ein geiles Event. Danke an Brüssel, Ingolstadt, Kör, Halle, Italien. Ein geiles Event, richtig Hammer. Danke an alle, ohne Scheiß. Und jetzt noch auf Englisch. Ich habe gar kein Italienisch. Jui. Ja, nee, danke. Und ich hoffe, es hat einen geilen Abend. Yeah, also. Wir sehen uns. Ja. 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 Ja.